Anna Ermakova hat Let's Dance 2023 gewonnen. Wie geht es jetzt für Boris Beckers Tochter weiter? Das sind ihre Pläne für die Zukunft, und diese Chance sehen Experten für sie im deutschen Fernsehen. Durch ihre Teilnahme und ihren Sieg in der RTL-Tanzshow Let's Dance hat Anna Ermakova sich in die Herzen vieler Fernsehzuschauer in Deutschland getanzt. Das 23 Jahre alte britische Model gewann die diesjährige Staffel und sicherte sich damit den Titel, Dancing Star, 2023. Die Tochter von Tennis-Star Boris Becker und Model Angela Ermakova und ihr Tanzpartner Valentin Lusin erhielten im Finale die meisten Zuschauerstimmen. Ermakova knackte zudem einen Rekord bei den Jury-Noten und übertraf die Serie von zehn Bestbewertungen. Doch wie geht es nun für das Model weiter? Am Rande der Filmfestspiele in Cannes sprach Ermakova mit RTL über ihre Zukunft. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, sagte sie. Derzeit stünden zahlreiche neue berufliche Projekte an, über Details könne sie aber noch nicht sprechen. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, als Influencerin zu arbeiten, antwortete sie. Ja, vielleicht. Auch einen Umzug nach Deutschland könne sie sich vorstellen. Hat Anna Ermakova eine Zukunft in Deutschland oder im deutschen Fernsehen? Nach dem Triumph bei Let's Dance hat der Sender RTL zum jetzigen Zeitpunkt Keine konkreten Pläne mit Anna Ermakova für eine Show oder ein anderes Engagement. Das sagte ein RTL-Sprecher auf Anfrage der deutschen Presseagentur. Doch zwei Experten sehen für das junge Model vielfältige Chancen. Let's Dance, Jurorin Mozi Mabuse sagte der Zeitschrift, Gala, für Anna gibt es viele Optionen. Musicals, Shows, Moderationen. Auch Juror Joachim Jambi sieht Starpotenzial in Anna Ermakova. Sie hat einen großen Namen und ist ein Typ. Voraussetzung für eine große Karriere sei jedoch, dass sie ihr Deutsch verbessere. Ermakova hatte für die Tanzshow eigens Deutsch gelernt. Anna Ermakova lebt in London und hat bislang eher einen Bogen um das deutsche Showgeschäft gemacht, hatte sie doch als Bäcker. Tochter seit frühester Kindheit immer wieder ungewollt im Fokus der Öffentlichkeit gestanden. Nachdem Tennis-Star Boris Becker die Vaterschaft lange geleugnet hatte, bestätigte sie sich 2001 bei einem Vaterschaftstest. Mittlerweile steht er zu seiner Tochter und sieht sie regelmäßig. Anna Ermakova äußerte sich im Zuge der Sendung, Let's Dance, sogar zur legendären, Besenkammer, Affäre. Ermakova verbrachte ihre Kindheit in London und besuchte eine Privatschule. Mit elf Jahren startete sie ihre Karriere als Model, drei Jahre später lief sie auf der Berlin Fashion Week, für das Label, Riani, über den Laufsteg. Es folgten Fotoshootings für das MC1R-Magazin und die Lifestyle-Zeitschrift, U. Neben ihrer Karriere als Model hat sie Kunstgeschichte studiert.